Hallo Leute und willkommen bei meAppleCat. Heute stelle ich euch was für Haus, Garten und Balkon vor, nämlich von der Firma Cozy Pony ein LED-Licht mit Bewegungssensor und Solaraufladung. Eine ziemlich praktische Sache, wenn man zum Beispiel seinen Garten abends auch ein bisschen beleuchten will, dann kann man das hier mit Tun einfach irgendwo hinhängen. Hier oben ist ein Loch, da kann man es irgendwo festnageln und dann lädt sich dann über die hier eingebauten Solarzellen der Akku tagsüber auf. Der braucht also maximal 8 Stunden, um voll aufzuladen und dann leuchtet der danach 12 Stunden lang automatisch. Wir haben hier insgesamt verbaut 8 LEDs und die leuchten nun in zwei verschiedenen Lichtstärken, nämlich nachts leuchten die einmal in einer gedimmten Variante, um etwas Strom zu sparen. Das macht dann nur leicht hell und wenn dann irgendwas hier vor dem Bewegungssensor kommt, dann geht das richtig in ein helles Licht über und somit wird dann richtig gut ausgeleuchtet der Garten oder auch die Einfahrt oder was auch immer ihr damit ausleuchten wollt. Der Bewegungssensor hat eine Sichtweite von 120 Grad und erkennt Objekte auf 3 Meter Entfernung. Integriert ist hier eine 2220 mAh große Batterie und das Ganze hier ist natürlich auch gegen Staub, Wasser und Hitze geschützt. Und zwar nach dem IP64 Standard, wen es interessiert. Ein- und ausschalten kann man das Gerät durch dieses kleine Loch hier, da muss man dann eine Büroklammer zum Beispiel durchstrecken, kann er den Schalter betätigen, um das Teil zu deaktivieren oder auch wieder um es einzuschalten. Mehr gibt es darüber eigentlich schon gar nicht zu sagen. Echt praktisch, ihr seht, klein, kompakt, braucht keine Stromversorgung und hat einen integrierten Bewegungssensor und natürlich 8 schöne, helle LEDs. Eine feine Sache, also wer sowas gebrauchen kann, ein bisschen Technik für Haus und Garten. Die tolle Solarlampe mit Bewegungsmelder von Cozy Pony ist allemal ein Blick wert, kostet aktuell bei Amazon 15 Euro. Und das wäre es gewesen, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute. Ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Route auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Miappercat. Die Katze hat gesprochen. Miappercat. Auch bei Facebook, Twitter und Google Plus und bei www.miappercat.gymdo.com. Wir sehen uns. Rau. Bis zum nächsten Mal.